Jan, Jan, wenn ich jetzt Level 55 bin und ein Level 4 Prestigemaster bin, mache ich mal eine Videoreihe in Road to Prestigemaster. So, und mit diesen Versprechen begrüße ich Sie nun in der heutigen Folge von Black Ops. Habt ihr es alle gehört? Das ist das Versprechen von David gewesen. Leute, freut euch auf der Reihe. Ja, aufhört auf, durch die Wand zu schießen. Ja, okay, das mache ich. Das ziehe ich durch, Jan. Alter, ich treffe ihn nicht. Aber, du warst grad voll gut, Dombie. Wärst du nicht mal weitergelaufen? Es wird wahrscheinlich sogar locker getötet. Ja, du wirst mal mein Spiel gewartet. Nein, ich bin Affenkind. Entweder natürlich ein gleicher oder gar nicht. Scheiße. Warten, nee, danke. Draußen beim Westerjahr. Genau. Da im Haus ist auch einer. Jetzt, ich bin der Letzte. Ja. Scheiße. Ja, gut. Piss. Hatte noch an, wie es sieht auf seinen Kopf. Ich fand es ja vorhin schon schlimm, wie du in meinem Team warst, deine Camper rein. Aber es wird ja jetzt noch schlimmer. Da ist das Ding nicht weiter da, die Maus. Wenn der jetzt noch ein wenig weiter rüber gelaufen ist, ging es nicht mehr, weil ich so hinten an der Ecke gelagen war. Ich war da gelagen. Ich bin tot, der war hinten drin. Nichts Besonderes. Halte, ohne Witz, ich habe nichts gedroht. Halte, der ist einfach nur so great, man. Ich kann den ganzen Tag. Du kannst doch sterben. Das riecht sich auf. Ich kann den ganzen Tag. Ey, Jonas, ich komme da nie durch diese Tür durch. Boah. Ein Stopp. Achtung. Hannes. Ja. Jetzt bin ich schon. Hannes, bitte. Bitte, Hannes. Was macht der jetzt? Dominik, hey, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist jetzt passiert. Schalt die Fresse. Ja, das wissen wir. Ja, komm, Mann. Ich bin nicht rausgelaufen. Alter, ich komme echt fast nie durch diese eine Tür da unten durch. Ich fand das gar nicht lustig. Zu der Fähigkeit, ne? Guck, ich bin nämlich vorgegangen. Das war mein Fehler. Ich laufe da immer raus. Ich habe mich nicht durch. Wieso habe ich mit meiner Sniper einfach in der Hand gelassen? Vielleicht hätte ich ihn sogar getroffen. Hm. Junge zerstören. Oh, der Spaß, ne? Das nächste Mal, das nächste Mal. Gehen wir mal auf den Stag. Jetzt nehmen wir was anderes an so ein fucking LMG. Bist du praktisch noch Zielsuche drauf, dann entsprichtst du dem Niveau. Was ist jetzt? Bist du alle tot, oder was? Was ist denn jetzt passiert? Ey, nehmen wir Rauchgranate und machen ein Ding drauf. Ey, wie ist jetzt der letzte von euch gestorben? Der Zoo. Ey, aber das hat ja noch ewig gedauert, bis es fertig war. Julian, was ist du am still? Ich bin mitgelaufen. Julian. Ich wurde aus harteren Himmel weggesnivert. Ja, aber warum war das der Last Abschuss? Ne, ich wurde gleich als erster weggesnivert. Ich dachte eigentlich, ich wurde gleich als erster weggesnivert. Ja, halt die Fresse, ey. Ich hab net schossen, ich hab Dünnisches geworfen. Ernsthafter Licht, der mit seinem scheiß LMG ist. Gut gemacht, David. Ja, die Gun. Ich bringe sie alle zum Ausröpzen. So wie ich Akko bin. So, jetzt bin ich das richtig stark. da wird 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 da oben der leute hat zwei Schüsse auf mich macht und ich einfach so hundert Schüsse ich bin in deinem Team gewandt ist dann Oh Gott Oh Gott Oh Gott und das war abwärmlich, das war abwärmlich, wie schlecht ich getroffen hab ich hab sogar richtig Hardscope gemacht Guck dir erst so Ups, daneben Boah, Alter, noch länger geht's nicht, oder? Ja, ich weiß Ey, passt schon Man, genug Leute, wir müssen das jetzt gewinnen, Leute Leute, ey, 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 Leute Wir müssen das jetzt gewinnen Oh, Mami, 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 Mami Oben im Haus steht einer Wie hat er mich gekillt? Mit einem fucking Schuss Guck dir die Killcam an Bei mir ist nur ein Schuss angekommen Ich wurde nicht mal rot, ich war einfach tot Ich hab dich vorher schon abschossen Hä, wo war der? Nein, ich wollte erst abschuss machen Ich hab dich gesehen Da hab ich jetzt circa Zeit draußen hinterher gelaufen Ach so Ich wurde sozusagen kurz vorher angeschossen Dann bin ich durchs halbe Haus gelaufen War oben, hab mich erst mal hingelegt Weil ich dachte, es kommt einer nach, ist keiner gekommen Und dann bin ich ans Fenster gelaufen Dann war ich auf einmal einfach Also Leute, ich würde mal sagen, das Spiel war gut, oder? Das war ganz ein Gegensatz zu rot weg Also ich finde so eine LMG eigentlich dann schlecht Halt's Maul Nochmal bitte Nochmal 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 Noch nicht ein Shotgun-Spaß, die drin Super Filt nur noch, dass der Jan die einfühlt Nein, 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 nein Jan, nein Nein, da hört er Spaß aus Also Leute, Leute, wir haben noch zur Auswahl Ich geh mal von oben, hinten durch Aftermath Karko 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 Ausbildung. Definitiv. Ausbildung in COD. Ja, Ausbildung. Professioneller COD-Spieler. Du bist der letzte Notenkombi. Auch immer das dabei. Aua ab, Alter. Er schafft's nicht mal, mit der Shotgun mich sofort zu killen. Er braucht drei Versuche. Alter, Hannes. Ja, das war gar nicht so färblich. Einfach fürs Besatzschirm. Ne, was ich nicht mag, war mir nicht gestorben, ist nur eine Salve. Alter, David. Du hältst nicht mit LMG mehr als normal. Wo hab ich jetzt hingeschossen? Dachtest du mir vorhin auch, wie ich direkt auf dich hab? Nein! Gott des Gnaden, ey. Jan, ohne Scheiß. Also, ich hätt'n locker erwischen müssen, das sind halt mal. Hätt'n dich schon erwischen müssen, das ist halt's Maul. Wann kommt der denn? Oh, da ist er! Oh! Oh, da bin ich tot! Das waren zwei Schüsse. Ganz ehrlich, Jan, kauf dir ne andere Waffe. Ich hab mir schon die Tarnung dafür gekauft. Hast du dir so gedacht, der Notenkombi? Ich bin doch schon wieder in David. Hallo, David! Hallo! Wow, 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 wow! Hallo! Wo ist er denn jetzt? Alter, wie viel schnuckst du! Oh! 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 Verpiss dich! Nein! Ohne Witz, Jan! Oh, Jan! Was? Wenn das kein Horstvorteil war, oder? Alter, das war nicht so geil! Ich hab da alles! Was? Pass auf, das war jetzt der epischste Kill überhaupt. Ich wusste gar nicht... Pass auf, jetzt wieder hingucken. Wieder hingucken. Wieder hingucken. Ich fett Achtung gekriegt, ne? Hä? Wie hast du den gekillt? Das war ja wie einfach die Beine. Ich stand auch noch dran und hab einen Schuss drauf gegeben. Von ganz weit hinten. Alter, ganz ehrlich. Alter, das Video müsst ihr euch allein deswegen angucken. Und ich schieß ihn von hinten an, aber er... Ich treff einfach nicht. Ich grad ein ganzes Magazin auf ihn gesetzt hab, und er nicht gestorben ist und mich noch killt. Voll die Scheiße, ohne Witz, ey. Geht's ab! Abschuss bestätigt! Ich hab's noch nie. Das ist ein Fünfzig. Willst du uns damit sagen? Ich wills sagen aber, dass ich keine Taste finde! Ich seh nich. Er gibt uns im Morse Code, äh... Du verstehn. Einstuff, Jan! Einstuff, David! Uh, mit ner Sniper, das wird witzig! Da sind sie. alles so langsam noch einer da spiel nicht mehr die ecke mann du erlärmischer kopf stell dir immer da nicht rein haben außer der jan mit seinem zwölfer was soll der jan spielst mal eine normale waffe es ist ja ekelhaft so zu spielen alles 7 0 jetzt wird du so wie sich wenn er ohne er die konnte tun hat oder der auflangen habt ihr auch die eh nix werden verloren am Ende Jan kann man nicht aber nicht noch gar nicht so gut keine Mottes so hat sich den Arsch sie nicht mehr weiß wo oben und wo unten Mist. Wer hat denn eigentlich die Bombe? Julian! Sag mal was kannst du eigentlich? Bessern, was kannst du? Aber es ist noch nicht vorbei. Julian! 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 Jelen ist abgeteilt. Ah, ist doch eine kleine Spastik, oder? Und so noch ist es im Spiel. Und er bewegt sich ja, oder? Ja. Ah, wer ist... ... 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